Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Samstagsvideo hier auf dem Kanal und da wisst ihr ja, da gibt es immer ein bisschen was anderes als üblich, sage ich einfach mal so. Und da mein Tech-Kanal, Nerd over Tech, noch ein bisschen zu klein ist, haben wir das kleine Ding hier auf dem Gaming-Kanal. Und was das Ding kann und wofür es geeignet ist, das verrate ich euch jetzt. Schauen wir uns das Teil erstmal an und das finde ich wahnsinnig spannend, denn hier habt ihr einen kompletten Rechner, der, naja, ihr seht schon, wesentlich kleiner ist als ein normaler Rechner. Und gerade mal, wenn es hochkommt, so groß ist wie ein Controller. Und wofür das Ding geeignet ist, das verrate ich euch jetzt. Aber kommen wir erstmal zu diesem, naja, Wunderpaket, sage ich mal, was aber auch ein paar Nachteile mit sich bringt. Die Verpackung von Geekom bringt auf jeden Fall alles mit, was ihr braucht. Ein 120-Watt-Netzteil, ein HDMI-Kabel und eine Weser-Halterung für den Monitor, was ich richtig nice finde. Denn dann verschwindet der Rechner einfach hinterm Monitor und ihr habt keinen Kabelsalat von tausend Sachen, die ihr hier irgendwo langführen müsst oder ähnliches. Von daher eine richtig saubere Lösung. Und das ist halt schon eine schöne Sache. Die Frage ist, wie viel Hardware kriegt man denn jetzt in so einen Rechner rein? Naja, da haben wir schon große Sprünge gemacht. Denn in diesem Rechner ist ein 13900H, also die Raptor Lake Generation, von Intel verbaut. Insgesamt 14 Cores, davon 6 Power Cores mit Hyperthreading und nochmal 8 Efficiency Cores ergeben insgesamt 20 Threads, die ihr belasten könnt. Und zwar vor allem bei Arbeitsaufgaben. Und ich verrate euch auch gerne, wofür das Ding vor allem geeignet ist. Bildbearbeitung, Videobearbeitung und vielleicht mal das ein oder andere Spielchen zwischendurch. Da war leider der AS6, den ich vor kurzem bekommen habe von Geekom, die bessere Wahl. Denn da war ein Ryzen Prozessor verbaut mit 8 Kern und einer Radiant Grafikeinheit. Und der ist eher so das Arbeitstier. Warum das Arbeitstier? Das liegt vor allem daran, was der für Ausstattung mitbringt. Aber gucken wir erstmal kurz rein. Ihr bekommt 32 GB RAM, die leider nur DDR4 sind. Der 13900H könnte aber auch DDR5 ansteuern und gerade diese APUs, wo der Grafikchip mit drauf ist, da bringt mehr RAM-Takt auf jeden Fall einiges an Vorteile. Deswegen halte ich das für eine kleine Versäumnis von Geekom. Ihr habt aber trotzdem noch eine 2 TB PCI Express 4 SSD drin, die richtig saftig Geschwindigkeit hat. Bis zu 5 GB Lesen die Sekunde. Und das ist schon mal schön. Wenn ihr sagt, das reicht mir aber nicht, dann könnt ihr noch eine SSD nachrüsten. Einmal im 2,5 Zoll Format. Wenn ihr unten den Deckel abschraubt und die dann per SATA Kabel anschließen. Und noch ein Erweiterungsslot mit SATA Geschwindigkeit. Und die passt dann im Grunde genommen auch wieder in so einen M.2 Slot rein. Und damit könnt ihr den Speicher nochmal erweitern. Also eigentlich habt ihr alles drin, was ihr zum Arbeiten für einen großen PC braucht. Und man muss auch dazu sagen, zum Arbeiten ist der mit Intel wesentlich besser geeignet. Weil Intel halt schon immer auf Videoverarbeitung, Creator-Tätigkeiten setzt. Und Radeon sich da so ein bisschen, naja, vorschleppt. Passend dazu ist Windows 11 Pro installiert. Also auch das ist kein Problem. Und vor allem ohne Bloatware. Da ist kein Müll drauf, keine extra Tools, keine extra Antiviren-Scanner. Einfach nur Windows 11 Pro. Wie könnt ihr das Ding denn jetzt ansteuern? Naja, ihr habt vorne zwei Anschlüsse mit jeweils 10 Gigabit Datengeschwindigkeit. Und das ist natürlich eine richtig nice Sache. Der linke Anschluss ist außerdem dafür geeignet, dass ihr auch im Stand-by Geräte per USB mit Strom betreiben könnt. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Aber richtig spannend wird es eigentlich erst auf der Rückseite. Denn da habt ihr zweimal USB 4.0 im C-Format. Und das heißt, ihr könnt externe Grafikkarten anschließen. Und, naja, ihr könntet theoretisch auch Monitore mit 8K und 60 Hertz ansteuern. Denn dafür reicht die Bandbreite völlig aus. Wenn ihr sagt, ey, zwei Monitore mit 8K, das reicht mir nicht. Ich will vier Monitore ansteuern. Dann könnt ihr das auch mit den HDMI-Ports unten machen. Die unterstützen allerdings nur HDMI 2.0. Also das heißt 4K und 60 Hertz. Was aber wahrscheinlich für die meisten reichen wird. Dazu gibt es noch einen weiteren 10 Gigabit Anschluss, einen USB 2.0 Anschluss und einen 2,5 Gigabit Anschluss. Warum macht es das Ding jetzt so besonders? Ihr habt auf der Seite hier noch einen Card-Reader. Das heißt, ihr habt theoretisch ohne Adapter alles dabei, was ihr braucht. Selbst der Card-Reader ist hier schon integriert, um zum Beispiel eure Fotos oder Videos einfach auf dem PC zu überspielen. Man braucht keine Dongle, nichts, gar nichts. Aber was bringen euch die ganzen Anschlüsse, wenn ihr sagt, naja, ich will ja damit auch sauber arbeiten. Wie ist es denn mit der Software und mit der Leistung? Erreicht der 13900H überhaupt sein Maximum an 5,4 GHz Boost? Oder ist das eher eine Ausnahme? Dazu kommen leider mehrere Sachen, die ich hier mal ansprechen muss. Und ich gebe euch gleich noch Tipps mit, wie ihr das vielleicht so ein bisschen verbessern könnt. Das Erste, was ich an dem Rechner bemängeln muss, ist leider der DDR4-Rahmen. Der ist leider ein bisschen zu langsam. Da wäre DDR5 besser gekommen, vor allem, weil, wie gesagt, Intel das auch unterstützt. Das Zweite, was ich bemängeln muss, ist die Einstellung durch GECOM. Die haben nämlich, und ich denke mal, die Kühllösung ist schuld, den Prozessor auf 35 Watt im PL2 beschränkt. Und das heißt, er kann gar nicht seine Leistung ausspielen. Intel gibt den Prozessor offiziell mit 45 Watt TDP an. Und das ist ja im Grunde genommen die Angabe, die ihr braucht, um den Kühler darauf auszurichten. Und ja, dadurch verschenkt man leider eine ganze Menge Leistung. GECOM wirbt nämlich auf der Webseite mit knapp über 19.000 Punkten für diese CPU im Multicore. Und die erreichen wir hier bei Weitem nicht. Wenn ihr nämlich den Rechner auf Standardeinstellungen stehen lasst, dann erreicht er gerade mal, was habe ich mir aufgeschrieben, 12.100 Punkte im Cinebench R23. Das ist weit unter dem, was ihr eigentlich erreichen könnt. Und das liegt vor allem daran, dass der Prozessor nach einer kurzen Zeit im Multicore-Stresstest schon auf 2,5 GB runter taktet. Und das ist leider nicht geil, weil man verschenkt extrem viel Potenzial von der CPU. Trotzdem gibt es eine kleine Übergangslösung. Ich habe mir nämlich mal das Intel Extreme Overclocking Tool installiert. Und das ist ja von Intel offiziell freigegeben. Und da könnt ihr diesen PL2 Boost und mein Sweetsport war bei knappen 65 Watt hochschrauben. Und dann erreicht ihr schon 15.300 Punkte. Immerhin ein kleiner Boost-Vorteil, denn der Prozessor taktet dann auf den Power-Cores mit bis zu 3,5 statt 2,5 GHz. Das heißt, jetzt können wir erst mal vernünftig mit dem Teil arbeiten. Und ich finde es schade. Vielleicht gibt es da ja noch ein BIOS-Update durch GICOM oder sonst was. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Das war auf jeden Fall das, was mich so ein bisschen ernüchtert hat, ehrlich gesagt. Weil wir haben hier wirklich 20 Threads an Leistung und können die nicht richtig abrufen. Trotzdem kann man denn mit dem Ding arbeiten. Also sagen wir mal einfach, du bist ein Standardanwender, der sagt, ja, ich will Videos bearbeiten, ich will Fotos bearbeiten. Zum Teil. Also Fotos bearbeiten mit Effekten und nachbearbeiten, überhaupt kein Ding. Alles easy machbar. Bei Videos eingeschränkt. Ohne das Intel Extreme Overclocking Tool habe ich nämlich festgestellt, wenn ich so Farbkorrektur über einige Videos rüberziehe mit 4K 60, dann wird es schon ein bisschen ruckelig. Ihr könnt es am Ende sauber rausrendern und wenn ihr mit ein paar Ruckelern klarkommt, ist es super. Aber ansonsten wird es wirklich schon ein bisschen hakelig. Der Beweis, ich habe einige Videos hier auf dem Rechner schon geschnitten, unter anderem ein paar News und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich immer so eine Sache. Aber ihr könnt mit dem Intel Extreme Overclocking Tool könnt ihr die Leistung auch so weit erhöhen, dass das auch mit Farbkorrektur, jedenfalls in meinem Fall, jetzt kein Problem war. Gut, kommen wir doch einfach mal zu dem, was wahrscheinlich die meisten interessiert, und zwar Gaming. Und da muss ich sagen, Au! Aua, 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 aua. Also die interne GPU ist weiterhin eine Intel Iris Xe GPU. Und da muss man schon wirklich sagen, die war von Intel nie dafür vorgesehen, irgendwelche Spiele abzuspielen. Irgendwie so ein Teillastbereich. Ich habe den neuesten Intel Arc Treiber installiert mit sämtlichen Optimierungen. Und ich muss sagen, da gibt es wirklich einige Sorgen. Deswegen habe ich mich erst mal so ein bisschen versteift auf einfachere Spiele, weil größere Spiele braucht man ehrlich gesagt gar nicht anfangen. Jedenfalls habe ich so ein paar ungewöhnlichere Titel getestet. Zum Beispiel Monkey Island 3, das lief super mit 60 Frames durchgehend und einen sauberen Frametime. Dazu kommt auch noch Quake 2 Remaster. Das lief auch mit 150 bis 250 FPS und auch sauberen Frametimes. Kurze Erklärung, Frametimes ist das, wenn es zwar 60 FPS sind, aber die GPU das irgendwie nicht sauber rüberkriegt, das Bild, dann könnte es trotzdem so wirken, als wenn es ruckelt. Und dann bringen euch die 60 Frames halt auch nicht. Und da kommen wir jetzt mal zu. Und zwar Counter-Strike 2. 80 bis 120 Frames waren kein Problem für den Rechner. Ist für CS-Spieler auf Low und 720p jetzt nicht die Welt. Aber es ist spielbar. Das Problem war halt, die Frametimes waren halt überhaupt nicht geil. Und das ist halt wirklich ein Problem, wie ich finde. Da muss man dann wirklich mal gucken, was man da noch optimieren kann. Vor allem, weil die Intel Iris Xe Grafikkarte ja eigentlich DirectX 9 nativ beherrscht im Vergleich zu den neuen Intel Grafikkarten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere nochmal zwei Extreme und zwar Alan Rake in der Originalversion. Also das heißt, von damals vor dem Remaster und das habe ich noch auf Steam bereit, und da muss ich sagen, hohe Settings, 720p waren so 40 bis 60 Frames und richtig unsaubere Frametimes. Also hier kommt man wirklich nicht um ein Ruckelbild drum herum. Das ist wirklich ein bisschen schade. Dazu haben wir noch Doom 2016 und da muss ich sagen, da war ich wieder völlig überrascht, denn da haben wir 40 bis 60 Frames auf Full-HD und hohen Details und da sieht man erst mal, was Optimierung alles so bringt. Wenn wir uns jetzt mit Emulatoren beschäftigen, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich nicht so viel getestet, aber ich weiß aus anderen Tests, dass man mit der Iris Xe und auch diesen Prozessor durchaus bis zur Playstation 2 und Gamecube-Generation alles mit guten 60 Frames spielen kann. Alles, was darüber hinausgeht, wird schwierig, sage ich euch gleich. Playstation 3 so gut wie gar nicht zum Laufen gekriegt, Xbox 360 kannst du komplett vergessen und das ist wirklich schade, wie ich finde. Und das ist ehrlich gesagt verwunderlich, denn man muss dazu sagen, dass auf älteren Videos durchaus der Intel Iris Xe-Grafik-Chip damit klarkam. Also vielleicht ist es so ein neues Treiber-Ding bei Intel, dadurch, dass man das jetzt vereint hat, aber es lief schon mal, wenn auch nicht wirklich gut. Geekom bietet halt Rechner für unterschiedliche Leistungsgruppen an. Der Ryzen bzw. der AS6, der ist dann wirklich eher schon was für Gamer, die sagen, ja, ich hätte gerne einen kompletten Rechner, ein bisschen Grafikleistung reicht mir und der Geekom dieser Generation ist eher was für Arbeitstiere. Und jetzt kann man nicht sagen, Edda, für 800 Euro bekomme ich einen Gaming-Rechner. Ja, das stimmt, aber da kann man immer nur Äpfel mit Birnen vergleichen, weil dieser Gaming-Rechner wird dann wahrscheinlich auf sechs Cores laufen und dann wieder nicht so gut geeignet sein für Videobearbeitung mit sämtlichen Effekten oder so. Wie gesagt, hier habt ihr 14 Cores auf dem Teil und das finde ich halt wirklich eine nice Sache. So, die Nachteile und die Vorteile habe ich euch ja jetzt schon großteils erzählt von dem Ding, aber wir haben noch einen anderen Nachteil und damit muss man wirklich leben können, denn der Lüfter, der hier drin verbaut ist, da merkt man dann schon, und der arbeitet schon ziemlich an seiner Grenze, denn der wird auch bei hoher Last mal richtig laut. Also nicht unangenehm laut, sodass man sich die Ohren zu halten muss, aber man hört den Rechner schon und ich sage es mal so, wenn der neben einem hier so auf dem Tisch steht, dann ist es schon auffällig. Hinter dem Monitor habe ich ihn mal gestellt, dann hört man ihn nur noch wenig. Da hätte man vielleicht ein etwas größeres Kühlsystem reinbauen sollen und vielleicht auf den Käfig für die 2,5 Zoll SATA-SSD verzichten, damit der Kühler ein bisschen größer wird. Denn auf diesem Rechner hier, wenn wir die Kühlung auseinander bauen, das habe ich mich jetzt nicht getraut, ich habe mir da einfach mal ein bisschen Bildmaterial geliehen, dann sehen wir, da führt nur eine Heatpipe zu dem Prozessor und ja, das ist ein bisschen dünne, um Prozessor und GPU gleichzeitig zu kühlen. Schade eigentlich. Was kann ich denn jetzt sagen zu dem Geekom Mini IT13? Für wen ist der gedacht? Für Gamer ist der eher nichts. Bin ich ganz ehrlich, dafür ist die interne APU zu schwach, man bräuchte noch eine externe Grafikkarte, die dann meistens in so Mini-ITX-Gehäusen ausgeliefert werden und dann hat man eigentlich auch wieder schon einen normalen Rechner stehen. Für alle anderen, die sagen, ich brauche wirklich mal was Mobiles für zwischendurch, wo ich vielleicht mal eine Runde Monkey Island spielen kann oder vielleicht auch mal alle Daten dabei habe, ohne dass ich immer ein Notebook mitnehmen muss und so weiter und so fort, dafür ist das Ding wirklich geil. Denn da könnt ihr wirklich alles drauf bearbeiten. Bei dem Preis muss es natürlich jeder selbst wissen, und es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was ihr damit machen wollt. Ich bin schon auf die Zukunft von GECOM gespannt, denn bald kommt ja die Ryzen 8000 Serie und da wird es dann nochmal richtig spannend, da soll der Grafikchip dann nochmal stärker werden und ich hoffe einfach, GECOM denkt dann an mich und dann werden wir einfach mal so ein mobiles Teil hier wieder fürs Gaming nutzen. Falls ihr jetzt Interesse an dem kleinen Rechner hier habt, dann könnt ihr euch schon mal auf der GECOM-Seite umschauen und mit dem Code 49 bekommt ihr nochmal 40 Euro Rabatt spendiert. Wenn ihr lieber auf Amazon bestellt, dann schaut doch mal unter dem Code non-IT132023 und staubt auch da einen Rabatt ab. Links sind unten in der Beschreibung und Codes sind unten in der Beschreibung. So, das war es denn zu dem Video am Samstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst, wenn ihr auch dreimal die Woche die News haben wollt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und ciao.